Immer mehr Brillenträger nutzen den Sehkomfort moderner Kontaktlinsen, sei es als Tages-, Monats- oder individuell gefertigter Linsen. Selbst Altersweitsichtigkeiten lassen sich ausgleichen mit sogenannten Multifokallinsen. Um die Gesundheit ihrer Augen nicht zu gefährden, ist eine individuelle Anpassung ebenso wichtig wie eine regelmäßige augenärztliche Kontrolle. In unserer Praxis erfolgt die Linsenanpassung in direkter Abstimmung zwischen Patient, Augenoptikermeister und Dr. Zart. Sie werden ausführlich beraten, Sehschärfe und Brechkraft werden ermittelt, wie auch die Hornhautoberfläche und Dicke analysiert. Dr. Zart untersucht die Netzhaut und den Sehnerv und beurteilt die Augen in ihrer Gesamtheit. So lässt sich bestimmen, welcher Linsentyp der geeignete ist. Kontaktlinsen bieten ein Optimum an Sehkomfort. Wir helfen Ihnen gerne weiter.